Frau Dominique Pierre, ich wohne in Belgien. Ja, und sind zu Besuch in Jerusalem. Ja. Für wie lange? Für drei Wochen. Ich war dabei beim Gebet hier in der Kirche. Und was war für Sie besonders? Ich habe also ganze Liebe, die Liebe war so tief in der Gemeinde. Ich war sehr beobacht, emotional, durch eine Präsent divine in der Kirche. Eine Präsent divine sehr forte. Und Sie continuez Ihre Visiten in Israel? Ja, pendant drei Wochen. Was nehmen Sie mit nach Hause? Antworten Sie ruhig französisch. Was nehme ich mit nach Hause? Von heute Abend zum Beispiel. Etwas ganz Neues. Etwas Neues. Sagen Sie es ruhig auf Französisch. Du tschuze Nouvelle. Für Ihre Erfahrung? Für meine Leben, für meine Leben. Für meine Leben, für alles Neues. Das ist wahr? Ja. Oh, danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020